Schönen guten Abend, froh mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine junge Frau begrüßen, die aus einer Branche kommt, über die sie sagt, die komplette Branche wird fast ausschließlich von alten weißen Männern dominiert. Und wir schauen uns vorsichtig hier in der Runde um und fragen uns, wen genau meint sie da eigentlich? Die gute Nachricht ist, sie meint eigentlich nur Walter Kohl. Zumindest müssen wir davon ausgehen, dass er nämlich als ehemaliger Unternehmer in der Autoindustrie auch genau das liebt, was sie auch so sehr liebt, seitdem sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater ganz unkonventionell in den Skiurlaub gefahren ist. Da saß sie nämlich auf der Rückbank eines alten 911ers, Porsche, und schrie nach vorne zu Papa, schneller, schneller. Sie ist erst 26 Jahre alt, Ingenieurin und eine weltweit gefragte Expertin für Oldtimer. Man liebt Oldtimer, obwohl sie deutlich jünger ist als die Autos, die sie unter die Lupe nimmt. Und es kommt vor, dass sie für Untersuchungen eines millionenteuren Oldtimers einmal um die ganze Welt geflogen wird. Herzlich willkommen, Laura Kuckuck. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos, apropos alte weiße Männer sind wir natürlich auch alle und er ist es auch. Aber es gibt nicht viele, die sich auf so originelle Art und Weise mit dem Alter auseinandergesetzt haben. Wie dieser Mann hat vor vielen Jahren ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Und er machte damals hier in der Sendung unvergessen den bis heute sehr überdenkenswerten Vorschlag, dass Rentner nicht ins Heim, sondern stattdessen lustige alten WGs gründen sollten, mit eigenem Weinkeller und mit Happy Hour, um sich regelmäßig schön hinter die Binde zu kippen. Weil, Zitat, die Zeit für einen gepflegten Leberschaden ja gar nicht mehr reicht. Seitdem ist viel passiert. Er hat unter anderem geheiratet. Und die Idee, sagt er, kam mir, als ich auf einem Flug nach New York versucht habe, den Flugpreis an der Bar des Flugzeugs wieder herauszutrinken. Herzlich willkommen, Sven Kunze. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ja, gleich zu Willen aber wollen wir eine Chance nutzen, die sich nicht so oft bietet, nämlich mit Ihnen beiden über deutsche Zeitgeschichte zu sprechen. Und zwar aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und wir werden gleich merken, was damals passiert ist, ist hochaktuell und liefert auch Antworten für das Hier und Heute. Er war über viele Jahre hinweg der wirklich brillante Ratgeber für Helmut Kohl. Er hat nicht nur im Hintergrund Strippen gezogen, sondern machte speziell 89 auch so ein bisschen seine eigene Außenpolitik und soll damit Hans-Dietrich Kentscher tierisch auf die Nerven gegangen sein. Kohl hat ihn seinen dritten Sohn genannt, schrieb der Spiegel mal über ihn. Er sagt, nee, nee, Kohl hat mich den Holzkopf vom Tegernsee genannt, weil ich so stur war. Wie wichtig war es eigentlich 89, dass sich Leute wie Kohl, Busch, Gorbatschow wirklich vertrauten? Und was bedeutet es für uns alle heute, dass sich Staatschefs so sehr misstrauen? Und was kann er uns überzählen über Putin? Und was über dessen schwarzen Hund, der sich irgendwann ans Knie von Angela Merkel verirrte? Fragen wir Horst Heldschick. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Ja, es waren viele Jahre, wie Horst Heldschick an der Seite von Helmut Kohl gearbeitet hat. Und er war in ganz vielen dieser Situationen dabei. Das werden wir gleich auf ein paar sehr seltenen Bildern sehen. Vor Jahren ist ihm ein eindrucksvolles Buch gelungen, das zu einem großen Bestseller wurde, Leben und gelebt werden, in dem er beschreibt, was ein so öffentliches Leben mit einer Familie macht. Aber es gab offensichtlich auch den anderen Moment, wann er denn einfach nur froh gewesen sei, der Sohn von Helmut Kohl zu sein, wurde er mal gefragt. Und die Antwort kam damals wie aus der Pistole geschossen, nämlich am 22. Dezember 89. Warum? Das werden wir gleich sehen. Herzlich willkommen, Walter Kohl. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, ich muss ganz kurz klären, Frau Kuckuck, Sie heißen so, Sie sprechen sich auch so aus. Richtig, genau, wie der Vogel ohne Zäh. Ja, Sie mussten sich wahrscheinlich jeden schlechten Witz schon darüber anhören. Als Kind war es eine Strafe und heute ist es doch ein Segen. Es ist Markenzeichen, ja. Was ist das für ein Name, wo kommt der her? Also, der ist tatsächlich vom Vogel abgestoppt. Wirklich? Und das Zäh wurde irgendwann mal vergessen. Sie haben irgendwann das Zäh weggepackt einfach, weil es wahrscheinlich besser aussieht. Horst Heltschik ist bei uns und Walter Kohl ist bei uns. Horst Heltschik, der ein sehr feines Buch geschrieben hat über Politik heute, wo man merkt, einer, der mal in der Politik so lange analysierend und beratend tätig war, der hört ja nicht auf, wenn er irgendwann mal in den Ruhestand geht. Was ist, Herr Heltschik, das bestgehütete Geheimnis, das Sie noch nie ausgeplaudert haben, aber heute Abend tun werden? Also, äh... Gibt es etwas, von dem Sie sagen, das sollte die Öffentlichkeit mal erfahren? Da gibt es vielleicht ein Narrativ, eine Erzählung darüber, die vollkommen falsch ist. Und heute Abend stelle ich das mal richtig. Also, ich meine, Helmut Kohl hat drei Bände Memoiren veröffentlicht. Da ist mehr oder weniger fast alles angesprochen. Was nicht angesprochen worden, was er nicht angesprochen hat, ist zum Beispiel, was er, wo er mich beauftragt hat, in seinem Namen zahllose Kontakte aufzunehmen, Gespräche zu führen. Wie zum Beispiel, äh, Korea, nicht, da, da, das er mit dem koreanischen Präsidenten zum ersten Mal zusammentraf, bat der ihn, doch zu helfen, Beziehungen, diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China herzustellen und auch zu Moskau die Beziehungen zu verbessern. Was war das Ergebnis? Helmut Kohl sagte, Teltsche, kümmern Sie sich drum. Dann habe ich die Gespräche in Peking geführt oder in Moskau. Das ist nie bekannt geworden. Also, wenn Sie so wollen, der Einsatz von Mitarbeitern, absolut geheim, absolut vertraulich. Ist das wichtig eigentlich für einen Kanzler, dass der einen Raum hat, in dem er einfach mal, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, freischnauze sprechen kann, ohne Risiko. Sicher, wissend, dass da nichts nach außen dringt. So sicher wie das Arme der Kirche. Helmut Kohl brauchte das in besonderem Maße. Er war ja nach außen oft sehr gelassen und sehr ruhig, aber er konnte sehr spontan sein. Auch nicht. Und er musste sich auch mal emotional aussprechen. Also hat er rumgeschrien, heißt das übersetzt? Er hat auch rumgeschrien. Und ich habe immer gesagt, ich habe eine Pellegrine an, also einen Regen-Cape und da fällt der Regen runter und die Tropfen. Aber Helmut Kohl war eben der Typ, der dann nach drei Minuten war das vorbei. Aber er musste mal gewissermaßen Dampf ablassen. Und das hat er schon mit Nachdruck gemacht. Und das musste man auch ertragen. Es gab dann Mitarbeiter, die das persönlich nahmen und Probleme hatten. Ich als Tegern-Sierer-Holzkopf, wie er mich immer nannte, war zu stur. Ihnen war das egal? Ich habe gesagt, ein Mann, der unter einem solchen Stress steht. Wir haben ja oft 18 Stunden am Tag gearbeitet. Also im Jahr der Wiedervereinigung haben wir fast die ganze Woche 18 Stunden gearbeitet. Das war auch meine ganze Mannschaft. Da sind Sie schon mal in der Phase, dass Sie wenig Geduld haben, wenn etwas schiefläuft. Dann müssen Sie mal Dampf ablassen. Wie hat denn Ihr Vater über Herrn Teltschik zu Hause gesprochen? Also das mit dem Tegern-Sierer-Holzkopf habe ich selten gehört. Aber er hatte vor ihm großen Respekt. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Qualität von Horst Teltschik, dass er diesen Respekt einerseits hatte, aber er hat ihn nie missbraucht. Und mein Vater hat ihm total vertraut. Und wie eben auch angesprochen, das habe ich ja auch mitbekommen zum Teil, auf schwierige Missionen geschickt nach dem Motto, du warst ja eigentlich gar nicht da. Und am Ende kam die Lösung. Und das hat ihm ja auch, Herr Teltschik, nicht unbedingt Freunde in manchen Bundesministerien eingetragen, weil man eben auch diese direkte Linie... Ich glaube, Genscher war der erste Vorsitzende. War sein größter Fan mit Sicherheit, genau. Weil Sie nebenbei sozusagen immer auch ein bisschen Außenpolitik gemacht haben und an ihm vorbeigeflogen sind, an Genscher, was man natürlich leicht machen kann. Muss man als Staatsmann, als Staatschef, Herr Teltschik, muss man oft lügen, will ich nicht sagen, aber nur die halbe Wahrheit erzählen? Also, lieber nichts dann zu sagen, als eine halbe Wahrheit oder eine Lüge. Das können Sie nicht durchhalten. Und wenn es dann offenbar wird, dass Sie gelogen haben oder nur die halbe Wahrheit gesagt haben, ist das schlimmer, als von vornherein nichts zu sagen oder frontal, freundlich, sachlich, aber frontal die Probleme ansprechen. Aber Theaterspielen, das geht schief. Das machen Sie einmal und dann haben Sie aber, wenn es dann deutlich wird, dass Sie Theater gespielt haben, dann haben Sie jedes Vertrauen verloren. Wobei, ich mich frage, ob das heute nicht möglicherweise anders ist. Also, da ist Donald Trump und der hat Twitter und mit der Wahrheit hat er es nicht so. Nein, aber ich... Und das ist ein Politikstil und das ist auch erfolgreich. Wie erklären Sie sich das? Erfolgreich, bei der Wahl war es erfolgreich. Ja, der Mann ist aber kein Schafpräsident, mit durchaus Chancen, wiedergewählt zu werden. Ja gut, ich habe auch in den USA Freunde, die ihn gewählt haben. Aber die kamen interessanterweise hauptsächlich aus der Wirtschaft, weil sie gesagt haben, der Mann hat Ahnung von Wirtschaft, von Geschäften. Und wenn der Präsident wird, wird er die Wirtschaft wieder beleben. Er hat ja auch sofort die Steuern gesenkt, massiv. Also, von daher hat er einfach sein Klientel mobilisieren können. Ob das in zwei Jahren so sein wird, hoffe ich nicht. Aber, wissen Sie, ich habe Präsident Reagan erlebt. Da hieß es auch, der Schauspieler da aus Kalifornien, keine Ahnung und so weiter. Aber der Unterschied war, er hatte hochqualifizierte Mitarbeiter im Gegensatz zum jetzigen Präsidenten. Und das Zweite war, Helmut Kohle ist nach Washington gereist, nicht ihn zu fragen, was hast du vor, und dann darüber nachzudenken, wie passen wir da rein in eine solche Strategie, sondern er ist rübergefahren und hat gesagt, das und das sind unsere Interessen, das und das wollen wir machen. Und dazu wollen wir amerikanische Unterstützung. Also nicht abfragen, was habt ihr vor, was wollt ihr, um dann zu überlegen. Nein, man muss selbstbewusst auftreten. Wenn Sie Politik heute sehen, Herr Teltschik, wahrscheinlich hört man ja nie auf, wirklich zu analysieren und nachzudenken, was da eigentlich ist. 2015, die große Flüchtlingskrise, was hätten Sie der Kanzlerin geraten? Ich hätte der Bundeskanzlerin schon geraten, zu sagen, wir schaffen das. Ja, aber was dazukommen muss, ist anschließend eine Rede zu halten und eine Strategie aufzuzeigen, wie wir es schaffen. Wenn Sie den Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl zur Wiedervereinigung ansehen. Punkt 10 ist, wir wollen die Föderation, das heißt die Deutsche Einheit, so wie wir sie heute haben. Aber Punkt 1 bis 9 ist der Versuch einer Strategie, Schritt für Schritt, ohne Zeitvorgaben, wie wir dorthin kommen. Sodass die Leute müssen den Eindruck haben, ja, der weiß auch, wie man es macht. Aber nur zu sagen, wir schaffen das und dabei bleibt es, ist zu wenig. Weil Sie das gerade sagen, Zehn-Punkte-Plan, wenn wir mal zurückgehen in dieses Jahr. Sven Kunze war damals in Bonn, ne? Nein, da war ich schon in New York leider. Ach, da waren Sie schon weg. Aber Sie waren lange Teil dieser Bonner Republik, ne? Ich war bis zwei, ja bis drei, das weiß ich es gar nicht mehr, bis Anfang der 90er Jahre in Bonn, ja. Als Korrespondent? Als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, da kenne ich ihn auch. War allerdings auf der falschen oder anderen Seite, weil ich für Genscher verantwortlich war. Und ich erinnere mich immer an das Geraune im Außenministerium der Tätschen hat wieder, ja. Ich war ja Genscher dankbar. Wissen Sie warum? Weil er mich bekannt gemacht hat. Journalisten sagten, als ich im Amt war, wer ist denn dieser Typ im Kanzleramt, der den Genscher ärgert? Dann wollten Sie mich kennenlernen. So bin ich bekannt. Aber alles seine zwei Seiten. Wenn wir nochmal zurückgehen in diese Zeit 89. Wann haben Sie gemerkt, in Ihrem kleinen Umkreis dort, wirklich der engste Zirkel, dass da was geht? Ich muss Ihnen sagen, ich habe im Auftrag des Bundeskanzlers seit 84 regelmäßige Gespräche in Budapest mit den Ungarn geführt. Und wir haben Sie ja auch finanziell unterstützt auf Ihren Reformweg. Also ich habe den ganzen Prozess in Ungarn hautnah miterlebt. Der letzte Ministerpräsident Nemeth, der die Grenzen geöffnet hat, mit dem bin ich heute noch befreundet. Der hat uns alles berichtet, was Sie vorhaben. Ich habe im Auftrag des Bundeskanzlers 1989 die Verhandlungen in Polen geführt. Ich habe erlebt, wie vom letzten kommunistischen Regierungschef Rackowski die Demokratie durchgesetzt wurde mit Masowiczki. Ich habe ja den sogenannten großen Vertrag im Auftrag des Kanzlers verhandeln müssen. Das heißt, ich habe diese Veränderungen hautnah erlebt. Ich habe in Moskau Gespräche geführt und die Reformpolitik Glasnows-Perestroika erlebt. Und ich habe schon im Sommer, Anfang Juli 1989, im Bonner Generalanzeiger mit Bell, denn Glenn sagt Ihnen was, das war der Lieblingsjournalist von Genscher, aber der kam zu mir, um ein Interview zu machen. Und in dem Interview habe ich schon im Juli gesagt, dass sich die deutsche Frage wieder, wird wieder Gegenstand der internationalen Politik werden. Es war abzusehen, dass die Veränderungen in Moskau, in Ungarn, in Polen, und wir hatten im Sommer 1989 eine Riesenfluchtbewegung aus der DDR. Das alles muss Auswirkungen haben auf die DDR. Und als die Mauer fiel, war klar, jetzt oder nie. Wie haben Sie Walter Kohl zu Hause mit Ihrem Vater sich darüber ausgetauscht? Über die Möglichkeit einer Wiederfahrt? Über das, was da passiert, ja genau. Und auch über die Gefahr, die davon ausgeht. Ich meine, heute wissen wir, dass das alles glimpflich verlaufen ist, aber das konnte man ja nicht vorhersagen. Also die Tatsache, dass da nie ein Schuss gefallen ist, dass da kein Mensch dabei ums Leben gekommen ist, das ist ja ein unglaublicher Glücksfall gewesen. Also es gab viele Momente im Spätsommer, im Herbst 1989, wo mein Vater, meine Eltern und auch ich die Luft angehalten haben. Also wie zum Beispiel klar war, dass diese erste, die zweite große Demonstration, die wirklich große Demonstration in Leipzig war. Und ich weiß noch, er war völlig aufgeregt, wie er gehört hat, dass das Fallschirmjägerregiment aus Rügen vor der Stadt mit scharfer Munition steht. Und wenn dann was passiert wäre, wäre die Lage sicherlich komplett anders gewesen. Das heißt, ein Zugführer, ein Oberleutnant der NVA hätte Weltgeschichte schreiben können. Und es gab meiner Meinung nach mehrere Situationen, die ja auch in ihrer Neuigkeit oder in ihrer Einzigartigkeit so außerhalb der Normalität waren. Die Prager Situation in der Botschaft, die Botschaftssituation in Warschau, dass man die Züge dann über Dresden fahren lässt. Da hat jeder die Luft angehalten. Ich meine, heute, 30 Jahre danach, sitzen wir hier in einem schönen Studio und es ist alles gut gegangen. Aber dass es wirklich so gelaufen ist, ich behaupte mal, hätte man am 1. Juni 1989 in England beim großen Wettbüro eine Wette abgeschlossen, dass am 1. Juli des Folgejahres die D-Mark in den dann bald neuen Ländern sein wird, und dass am 3. Oktober die Wiedervereinigung kommt, dann hätte man wahrscheinlich eine Quote von 1 zu 100 Millionen bekommen. Also man wäre sehr reich geworden. Absolut. Weil man jetzt im Rückblick sieht das alles mit einer Logik aus. Wir hatten ja auch in der bundesdeutschen Politik große Spannungen. Wenn ich an den Bremer Parteitag zurück mich erinnere, das war ja die berühmte Grenzöffnung. Prima, Parteitag, da habe ich auch gerne noch eine Frage dazu. Ja, und mein Vater war ja schwer krank. Er war ja vorher in Mainz in der Uniklinik, hat eine sehr schwere Operation gehabt. Also ihm ging es richtig dreckig, anders kann man das nicht sagen. In welchem Zustand saß der da? Er saß in einem Zustand, dass ein Arzt auf Standby hinter der Bühne war, fünf Meter Entfernung. Er hat sich für mich in unglaublicher Selbstdisziplin durchgeschleppt, zwölf Stunden oben auf dem Podium. Dann ist ja der sogenannte Putsch, war ja unterwegs. Das wäre ja auch eine komplette Veränderung gewesen, wenn das 24 Stunden später gewesen wäre mit der Grenzöffnung. Also es gab so viele Unabwägbarkeiten und auch so viele Momente, die ohne jede Referenz waren, dass man heute sagen muss, es ist ein großes Wunder, dass es so gekommen ist. Weil Sie das gerade ansprechen, der sogenannte Putsch, haben Sie gerade gesagt. Ich hatte öfter Heiner Geißler hier zu Gast und er hat bis zum Schluss immer bestritten, dass es jemals einen Putschplan gab. Also die Idee, Helmut Kohl auf diesem Parteitag abzulösen, da sehen wir die beiden. Herr Teltschik, wie war es aus Ihrer Sicht? Gab es den Putsch? Also es war offensichtlich, dass der baden-württembergische Ministerpräsident spät überlegte und auch gebeten worden war, doch Parteivorsitzender zu werden und Helmut Kohl als Parteivorsitzender abzulösen. Wer war dann noch dabei in dieser kleinen... Ja, da war Professor Biedenkopfen dabei, da war Norbert Blüm, Frau Süßmuth. Genau. Frau Süßmuth gibt mir auch heute noch recht, als ich sagte, weil ich ihr vorwarf, Helmut Kohl, als er gegen Barzl angetreten ist. Er hat ja mal versucht, Barzl zu stürzen als Parteivorsitzenden. Helmut Kohl ist ja öffentlich vorgegangen. Er hat öffentlich gesagt, ich trete an mit Rainer Barzl, können wir die Wahlen nicht gewinnen, ich trete gegen ihn an. Und auf dem ersten Parteitag in Saarbrücken hat er eine bittere Niederlage erfahren, hat aber anschließend, ich war da schon bei ihm, anschließend wieder gesagt öffentlich, na gut, dann trete ich das nächste Mal an. Das heißt, er hat mit offenen Visier gekämpft. Die Frondeure von 1989, das lief vertraulich, das lief nicht öffentlich. Also es gab Gerüchte, dass hier ein Putsch vorgesehen sei. Aber niemand hat die Hand gehoben und gesagt, ich will der Nachfolger werden. Und so hat es Helmut Kohl gut überstanden. Und dann kamen uns die Ungarn zu Hilfe mit der Grenzöffnung. Das war ja auch mit uns abgestimmt. Das war ja Sonntagabend dann. Ja, genau. Das heißt, im Grunde hat diese Grenzöffnung, hat die Helmut Kohl auch gerettet im Amt des Parteivorsitzenden? Ja, aber wissen Sie, das ist ja alles heute, wenn man sich das unter heutigen Umständen ansieht, die CDU liegt im Augenblick bei 27 Prozent. Das wäre bei Helmut Kohl eine Katastrophe gewesen. Ja, undenkbar. Die Umfragen waren... Das ist es heute auch, also so ist es nicht. Ja, aber ich meine, der Putsch gegen Helmut Kohl, da waren die CDU noch über 40. Ja, und das war ein Weltuntergang. Ja, heute sind wir unter 30. Ja, es gibt keinen Putsch. Oder Putschversorgung. So wie Sie dabei lachen, scheint es Ihnen vielleicht doch zu geben. Möglicherweise wissen Sie einfach mehr. Walter Kohl, waren Sie vorher häufiger auch in der DDR mit der Familie auch unterwegs? Also kannten Sie die Zustände in der DDR? Ja, ja, sehr gut sogar. Meine Mutter ist ja, obwohl sie in Berlin geboren ist, emotional immer Leipzigerin gewesen. Und sie hat ihre Jugend in Leipzig verbracht und ist dann Ende 1944, Anfang 1945 in den Westen geflohen. Eben in die Pfalz, wo ihr Vater ursächlich aus der Nähe von Ludwigshafen herkommt. Und Sie sehen ja das Bild, Herr Teltschik hat sich kaum verändert, den sieht man hier links. Ganz links ist Herr Teltschik, ja. Und dann haben wir den Peter und mich und das war in Leipzig. Und wir waren, ich weiß nicht wie oft, sicherlich zehnmal in den 70er Jahren drüben. Das waren auch sehr kuriose Besuche, weil da sehr Schönes und sehr Schreckliches passiert ist. Und bei den Eltern war immer sehr, sehr wichtig, Deutschland hört nicht in Eisenach oder in Herleshausen auf. Weil ja in der damaligen 70er Jahre Bundesrepublik die DDR ja irgendwo schon ganz weit weg war, emotional. Man war in Spanien, man war in Italien unterwegs, aber wer fährt schon in die DDR? Richtig, ja. Und das haben meine Eltern sehr intensiv gemacht. Und wie war das dann? Ich meine, wenn da Familie Kohl einfach mal zu Besuch kommt? Ja, die kommt ja nicht einfach mal zu Besuch. Ja, eben. Dann steht man an der Grenze und dann hat man sechs bis acht Stasi-Wagen hinter sich. Wirklich? Ja, ja, ja. Also das wurde alles untersucht und dann sind wir auch total abgeschirmt worden. Und dann sind Menschen gekommen, haben Petitionszettel gerade uns Jungs gegeben. Also wir wurden auch weggeschickt von meinem Vater, sammelt ein, weil die Stasi-Leute waren ja auf meine Eltern fokussiert. Und eine lustige Szene war, da habe ich das das erste Mal wirklich wahrgenommen. Und die Stasi hatte dann also ein Paar, in Anführungszeichen, auf uns angesetzt, also einen Offizier und eine Offizierin. Und der nutzte dann die Gelegenheit, um sich sehr deutlich der Dame zu nähern, was ihr nicht gefiel. Und daraufhin hat mein Vater eine Flasche Wein aus dem Kofferraum geholt und hat gesagt, geh rüber zu der Dame und sag ihr, das wäre vom Klassenfeind für ihren Einsatz für den Sozialismus, den wir sehr genau beobachten würden. Also das waren auch so Situationen. Wo haben Sie da geschlafen? Entschuldigung? Wo haben Sie da geschlafen? Wir waren in verschiedenen Hotels und wir hatten auch Hausverbot zum Teil. Ich weiß noch, wir kamen in Weimar ein Lokal rein, Riesenlokal, kein einziger Mensch. Und dann sagten die, geschlossen wegen Überfüllung. Und mein Vater sagt, ist ja keiner da. Aber für Sie ist immer geschlossen. Also wir haben das sehr häufig erlebt. Wirklich? Ja, mit dem Satz. Nein, ich bin ja auch später allein in die DDR gefahren. Jedes Mal, wenn ich meinen Pass in diese Durchreiche gegeben habe, hast du richtig gesehen, wie innen die Lampe angegangen ist. Und dann kamen immer mehr Sterne raus, weil wir waren Klassenfeind. Also als Familie ganz klar die Bösen. Aber das ist ja auch völlig okay, weil man muss ja auch wissen, dass man nicht mit jedem befreundet sein muss. Und mit dem alten DDR-Regie mit Sicherheit nicht. Und was für uns ganz schlimm war, war, wenn wir dann auch mitbekommen haben, dass Menschen uns Petitionen zugesteckt haben und dann Minuten später auch verhaftet worden sind. Also das war zum Teil sehr dramatisch. Ich habe ja gesagt, es gab lustige und dramatische Szenen. Und dann hast du als Kind sozusagen einen Brief in der Hand, steckst ihn rein, rennst sofort weg. Und dann siehst du schon, wie das Greifkommando auf diesen DDR-Bürger losgegangen ist. Und da habe ich für mich zwei Dinge gelernt. Erstens, dass das eine ganz menschenverachtende Kultur und brutale Diktatur ist. Ich war ja, kommen Sie auf die Bilder, zwölf Jahre alt. Und auch dieses unglaubliche Gefühl von Angst, was man überall gespürt hat. Misstrauen und Angst. Angst im Sinne von, ich als Einzelner bin völlig dem System ausgeliefert. Und das ist natürlich ein Gefühl, was jemand wie ich, der 63 im Westen geboren wurde, überhaupt nicht in der Form kannte. Das sind sehr prägende Erinnerungen, die ich noch an diese Zeit habe. Wenn man dann dort übernachtet, dann betritt man das Hotelzimmer. Dann weiß man doch ganz genau, das ist alles verwandt. Ja, logisch. Das ist normal. Man ist verwandt. Und Sie haben auch im Zweifelsfall Sender ans Auto gemacht und so. Also, ja gut, das ist Standardprogramm. Da braucht man nicht drüber reden. Spricht man dann anders irgendwie? Ja, natürlich, klar. Heute haben wir das ja wieder. Hallo Siri, hallo Alexa. Ja gut, das ist ja freiwillig. Genau wie Facebook. Und das bei der Stasi war jetzt nicht so freiwillig. Und ich glaube einfach, wir dürfen nicht nur unsere Maßstäbe nehmen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch das Ziel, das Ziel der Gemeinsamkeit, einfach weil wir auch geografische Nachbarn sind, weil wir nicht aus diesem Kontinent gemeinsam rauskommen, nicht aus den Augen verlieren. Aber die Werte, die wir haben, müssen wir vielleicht nicht mit dem Zeigefinger vorantragen, so wie Sie es richtig gesagt haben, sondern wir müssen sie dann im geschlossenen Rahmen wirklich hart vertreten. Und dazu brauchen wir einen inneren Kompass. Dazu brauchen wir Leitlinien. Und ich glaube, die Generationen, und jetzt meine ich wirklich die Politik-Generation, Helmut Schmidt, mein Vater und andere, die alle ja auch sehr geprägt sind durch ihre Jugenderfahrungen im Zweiten Weltkrieg, die hatten einen ganz starken Kompass. Die wussten, das wollen wir nicht mehr. Nicht nur das wollen wir nicht mehr, sondern wir werden etwas, alles tun, damit es nicht so sein wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie in Verdun dieses berühmte Bild entstanden ist über den Gräbern, waren wir vorher mit François Mitterrand unterwegs und er hat uns den Ort unter Tränen gezeigt, wo er in deutsche Kriegsgefangenschaft gegangen ist. Das heißt, da war auch eine sehr persönliche Beziehung. Ich habe das auch erlebt mit George Bush in Washington, wie wir da Besucher hatten und meine Eltern haben mit denen gesprochen, als wie man mit guten Nachbarn spricht. Also so rede ich mit meinen Nachbarn daheim. Das war jetzt nicht staatsmännisch und das ist genau diese Chemistry, hat mein Vater das immer genannt, die so wichtig ist, weil es gibt natürlich Interessenkonflikte, es gibt vor allen Dingen auch unterschiedliche Traditionen und Kulturen, aber die können wir ja nur zusammenbringen, wenn wir auch diesen Respekt haben, auch und gerade in Situationen, wo wir nicht einer Meinung sind. Und das sieht man ja im Drama in der deutsch-russischen oder EU-russischen Situation heute, dass es leider nicht funktioniert. Ganz grundsätzlich, ich meine zu wissen, dass beispielsweise die Kanzlerin und Putin, dass die eigentlich sehr viel miteinander sprechen, dass die in sehr regelmäßigem Austausch sind. Aber wir erfahren das nicht und wir kriegen nicht ein Gefühl dafür, was da eigentlich ist. Warum ist das so? Also von allen Staats- und Regierungschefs im Westen hat die Bundeskanzlerin den engsten Kontakt zu Putin. Sie kann ihn jederzeit anrufen, sie kann ihn jederzeit sprechen, sie kann jederzeit mit ihm zusammentreffen. Und ich glaube, dass sie in der Summe, sie mit Abstand die meisten Gespräche mit ihm hatte. Die Frage ist in der Tat, die sie der Öffentlichkeit nicht mitteilt, mit einer Ausnahme, was ist das Ziel dieser Gespräche? Ich meine, wo sie eine großartige Leistung erbracht hat, ist das sogenannte Minsker Abkommen, nicht? Ich sage immer, da hat sie den damaligen französischen Präsident Hollande am Händchen genommen und hat gesagt, jetzt gehst du mit mir nach Moskau und dort nehmen wir Putin mit. Und dann treffen wir uns mit Frau Schenker, dem ukrainischen Präsidenten und dann versuchen wir den Konflikt ein Stück zu lösen. Und das Minsker Abkommen wird ja auch von Putin heute noch als das Abkommen bezeichnet, dass, wenn es umgesetzt wird, ein starker Beitrag zur Regelung des Konflikts sein kann. Das ist natürlich ein bisschen wohlfeil, das sozusagen, weil er hätte es ja in der Hand, das umzusetzen und einfach dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Gut, da müsste man jetzt über seine Motive reden, da haben auch andere ukrainische Präsidenten Fehler gemacht und auch der Westen hat Fehler gemacht. Ich meine, in dem Augenblick, wo wir im Westen diskutiert haben, ob die Amerikaner, ob die Ukraine Mitglied der NATO und der EU werden soll, hätte man sofort überlegen müssen, was machen wir parallel, was bieten wir Russland an? Wissend, wie emotional die Beziehungen Russland zur Ukraine sind, als ich das letzte Mal mit Gorbatschow in Moskau zusammentraf und wir über die Ukraine sprachen, hat er sehr emotional reagiert. Er hat seine Hand auf die Brust gelegt, mich angeguckt, sagte, Horst, meine Mutter war Ukrainerin. Prost, Raissa, meine Frau war Ukrainerin. Damit hat er alles gesagt aus seiner Sicht, nicht? Der Ukraine ist Teil Russlands. Also man muss diese Emotionen kennen, um zu begreifen, dass man, was immer man mit der Ukraine macht, im Hinterkopf haben muss, was können wir gleichzeitig Russland anbieten. Und ich sage Ihnen eines, Putin hat mir das mal selber erzählt, da war der Kommissionspräsident Brodi in Moskau bei ihm und hat ihm angeboten, eine gesamteuropäische Freihandelszone zu verhandeln, von Wladivostok bis Lissabon. Und ich sagte noch zu ihm, das ist doch eine gute Idee. Er sagte, ja, ich bin ja auch dafür. Ich sage, warum geschieht denn nichts? Sie haben ja einen guten Freund in Berlin, damals war Schröder Bundeskanzler. Die Antwort von ihm war ein Schulterzucken. Keiner hat das aufgegriffen. Und das, wenn wir das zur gleichen Zeit verhandelt hätten, als die Frage anstand, die Ukraine zu assoziieren, hätte man vielleicht einiges verhindern können. Aber das ist natürlich jetzt Theorie. Aber da war auf jeden Fall eine Chance. Sie beschreiben das auch sehr ausführlich in Ihrem Buch, das Sie gerade vorgelegt haben. Herr Kohl, noch mal zurück, 1989. Wann war klar, zu Hause auch am Esstisch, am Abendbrottisch, da könnte was gehen? Die deutsche Einheit, das wäre etwas, das kriegen wir jetzt umgesetzt. Sie haben das mal beschrieben, Sie sagten, wir dachten, 10, 15 Jahre wird das ungefähr dauern. Wann hat Ihr Vater das erste Mal an Mauerfall, an Wiedervereinigung, an all diese Dinge gedacht? Das sind mehrere Fragen in einer Frage. Der Mauerfall kam für alle, meiner Meinung nach, völlig überraschend. Ich glaube sogar für Schabowski. Also den Zettel, wenn man es rausgezogen hat. Ich glaube, wenn er das alles gewusst hätte, hätte er sich etwas zurückgehalten in der Pressekonferenz. Und es war klar, dass die DDR morsch ist. Aber, das darf man nicht vergessen, 1989 waren natürlich die Bilder Prag 68, Budapest 56, Berlin, also Ostberlin 53, sehr präsent. Wir hatten drei, vierhunderttausend Sowjet-Truppen in der DDR, ich weiß nicht. 280.000. Es war ja jetzt keine Situation, die viel Raum für Fantasie gelassen hat. Und wir hatten natürlich in der Bundesrepublik auch große Teile der deutschen Politik, die stark gegen eine Wiedervereinigung waren. Es war ja nicht so, dass 63 Millionen Westdeutsche Hurra geschrien haben. Das ist das genaue Gegenteil. Und ich würde sagen, nach dem Mauerfall, zehn Punkte, dann die Vorstellung, das war meinem Vater sehr wichtig, wir öffnen das Brandenburger Tor vor Weihnachten. Das war für ihn unglaublich wichtig. Weil symbolisch war mit der Öffnung des Tors sozusagen die Tür nicht mehr zuzumachen. Und in Dresden, glaube ich, weil das war ja sozusagen der Ort, wo man versucht hat, ihm auch zu zeigen, die DDR ist nicht nur so, ist es ja schiefgegangen aus Sicht der SED. Es war ja eine Wahnsinnsveranstaltung. Und der berühmte Spruch, die Bär ist geschält, gut felsig, zeigt ja auch, dass an dem Moment klar war, jetzt geht's. Und ganz wichtig an der Stelle, glaube ich, ist auch die Rolle von George Bush Senior, der ja von Anfang an das unterstützt hat. Das darf man ja nicht vergessen, dass ein amerikanischer Präsident auch in dieser Wabong-Situation bleibt Deutschland westintegriert. Was passiert mit der NATO? Wo sind die Trennlinien? Was passiert mit den US-Truppen in Deutschland? Dass da eben diese tiefe Zuverlässigkeit, dieses Vertrauen war. Und das sind mehrere Dinge, die wie so eine Art Konfluenz zusammengekommen sind. Und ich würde sagen, Weihnachten 1989 war klar, jetzt kann man auf eine Wiedervereinigung zusteuern. Ich weiß nicht, ob Sie das so teilen würden, aber ob es im November schon so klar war, würde ich sehr bezweifeln. Wir wussten, dass die Chance da ist. Wir wussten nur nicht, wie schnell es geht. Und das Tempo haben nicht wir bestimmt, nicht die Bundesregierung, auch nicht die drei Westmächte, sondern die Bürger der DDR. Das ist der Fall. Wir haben Anfang des Jahres 90 jeden Tag die Übersiedlerzahlen bekommen, die jeden Tag höher waren. Und im Februar, im März wurde deutlich, wenn das so weitergeht, haben am Ende des Jahres über eine Million DDR-Bürger bei uns. Und wenn Sie sich die Gesichter ansehen von diesen damaligen Bildern der Übersiedler, junge Leute, die Ausgebildeten. Die DDR hatte schon im Herbst 1989 Ärztemangel, weil viele von diesen ausgebildeten Ärzten sofort in den Westen gegangen sind. Das heißt, wir mussten zum Teil viel schneller handeln, wegen der Bürger der DDR. Also die Überlegung, die manche Bürgerrechtler haben, dass wir noch über eine gemeinsame Verfassung hätten diskutieren müssen und so weiter. Und unbegrenzt Zeit gehabt hätten. Das wollte ich natürlich nicht. Wenn ich da gerade einhaken darf. Also in den Monaten Januar, Februar war klar, es wurden jeden Monat 120.000 bis 150.000 Menschen gekommen. Und es war klar, dass sozusagen zweimal die Menschen der DDR die Politik vor sich hergeschoben haben, wie so ein Schneeschieber. Das eine ist aus meiner Sicht der Mut, in den Monaten September, Oktober auf die Straße zu gehen und diesem Staat, diesem Gewaltregime, die Maske vom Gesicht zu ziehen. Und das können wir heute noch gar nicht hoch genug einschätzen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir 30 Jahre danach das nicht nur primär als ein politisches Ereignis sehen, sondern im besten Sinne des Wortes als ein zivilgesellschaftliches Ereignis. Was hätte nie stattfinden dürfen, laut Doktrin SED. Und dann gab es eine zweite Situation Anfang 90, in den ersten zwei Monaten, wo klar war, das Ausbluten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war auch klar, dass ja die Situation in der DDR enorme Auswirkungen auf die Tschechoslowakei, die es ja damals noch gab, auf Polen und so weiter, Ungarn hatte. Und Tschechoslowakei war ja ein altstalinistisches Regime damals noch. Das heißt, das ganze Gefüge kam in Dingen und ich habe damals oft mit meinem Vater über das Thema Währungsreform gesprochen. Ich war Volkswirtschaftsstudent im letzten Semester. Er hat mir die Berichte vorgelegt, was soll ich denn tun? Was ist denn der Wechselkurs? 1 zu 7, 1 zu 2, 1 zu 1. Und in dem Moment ist meiner Meinung nach der Zug im wahrsten Sinn des Wortes abgefahren worden. Und es mussten dann die politisch Verantwortlichen in den Zug sich hineinbewegen. Sie haben mal gesagt, über diese Wechselkursdiskussion, mein Vater war überrascht und auch wütend darüber, dass es auch in der DDR Millionäre gab. Er war nicht wütend darüber, nein, in keinster Weise. Aber überrascht? Überrascht, weil es wurden ihm Berichte vorgelegt von der Bundesbank. Und er hat mir gesagt, in Erfurt gibt es so und so viele Millionäre. Da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht, du spinnst. Doch, doch, doch. Die sind doch alle gleich. Nein, nein. Im Kommunismus. Wir haben ja damals auch unsere Propaganda gehabt. Man darf ja eins nicht vergessen. Der Kalte Krieg hat ja Verzerrungen auf beiden Seiten verursacht. Und wir haben ja auch uns oft dann nicht verstanden. Und die Geheimdienstberichte aus dem Winter 89, 90 haben gesagt, die DDR ist die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wirklich? Ja, habe ich selber gesehen. Hat er mir gezeigt. Das haben wir hier geglaubt. Das heißt, wir haben es geglaubt. Wir haben viel Geld bezahlt für Geheimdienste in Pullach und in Washington. Die eben genau, die haben das alles genau gewusst, wie eben Geheimdienste es genau ist. Wo war die DDR Weltmarktführer? In welchem Bereich? Ja, zum Beispiel Robotron, VEB Robotron wurde ganz weit oben angesiedelt. Das ist ein globaler Player, würde man heute sagen. Und auch die chemische Industrie der DDR, Leuna, Buna. Und Monate später, mein Vater war dann das erste Mal, er kommt ja aus Ludwigshafen, BASF und so, war er dort und hat mir erzählt, voller Entsetzen, du, ich war da im Keller und da schwimmt das Klecksilber 10 Zentimeter hoch. Also er war völlig von den Socken, wie die Zustände waren. Aber im Januar hat man das nicht gewusst. Und wir denken ja heute Ex-Post 30 Jahre zurück. Aber 30 Tage waren damals eine verdammt lange Zeit. Man musste sich wie einem Nebel vorantasten. Und ganz klar war neben dem Thema Freiheit, war das Thema, wir wollen eure wirtschaftlichen Chancen haben. Was ja auch berechtigt ist, weil was kann man dafür, dass man eben in Potsdam und nicht in Berlin-West oder eben in Eisenach und nicht in Berlin-West. Und in Bad Hersfeld wohnt. Und dieses Spannungsfeld hat meiner Meinung nach das Haus dann zum Zusammenbruch geführt. Und danach war die, zum Beispiel auf der wirtschaftlichen Seite, die Politik getrieben. Dann ging der Zug immer schneller. Dann musste es einfach stattfinden. Wenn wir in diesem Moment nochmal kurz gehen. Sie waren mit dem Kanzler damals in Polen. Polenbesuch. Ja, am Tag, als die Mauer aufging. Als Sabowski den Zettel rausgeholt hat. Sie waren in Wien. Ich war in Wien, habe abends Fernsehen geguckt und sah dann, dass die Mauer offen ist, was ja unfassbar war. Und dann hat ein Studienfreund mich angerufen nachts und hat gesagt, wir fahren nach Berlin. Und am nächsten Tag stand ich am Brandenburger Tor auf der Mauer. Das war das Geilste überhaupt. Das werde ich nie vergessen. Und haben was gemacht? Getanzt, geschrien, gejubelt, getrunken, irgendwelche Leute umarmt, wurde abgeküsst. Wir haben einfach 48 Stunden nur gefeiert. Wussten die, wer Sie sind? Das weiß ich nicht, ob die wussten. Das war mir auch völlig wurscht. Also ich weiß noch, wir sahen am Grenzübergang Bornholmer Straße. Da kam also eine Motorradgang aus Ost-Berlin mit MZ, weiß ich noch genau. Und dann saßen wir auf dem Dach und haben gefeiert auf der Grenzbaracke. Und nebendran war der Wachturm. Und da stand dann noch der Soldat mit der Kalaschnikow. Und da habe ich noch hochgerufen, bist du sicher, dass das Ding gesichert ist? Ich bin ja Reserveoffizier, da guckt man auf Sicherungsflügel bei Maschinenpistolen. Und dann sagte der, ja, und dann sagt, leg dich weg. Und dann hat er eine Kerze ins Fenster gestellt. Und dann haben wir mit denen gefeiert. Wahnsinn. Und das war 48 Stunden. Wer war denn eher da? Sie oder Ihr Vater? Wir waren parallel in Berlin, ziemlich zeitgleich. Nur ich war mit Zahnbürste und Rucksack unterwegs. Und wir haben einfach nur gefeiert. Und mir war relativ nicht wichtig, was da an irgendwelchen Veranstaltungen stattfand. Sondern dieses Gefühl, ich weiß noch, nachts auf dem Kuhdamm, zehntausende Leute, da waren irgendwelche Gulaschkanonen vom THW. Und wir haben dann im Eingang von irgendeinem Warenhaus, wo diese Heißluftdinger sind, gepennt. Und haben mit irgendwelchen Leuten aus dem Osten uns unterhalten. Und das ist so für mich ein ganz bleibender Moment, dass das, was vermeintlich wahr ist, über Nacht sich auflöst. Und das ist für mich eine große Lehre, die wir vielleicht aus der Zeit der Wiedervereinigung ziehen können. Für manche Herausforderungen, die wir heute haben. Es muss nicht unbedingt so sein, wie wir es uns vorstellen. Wir sollten auch mal wirklich frei und offen sein für komplett neue Situationen. Und der Mauerfall war eben so eine Situation, dass er dann in eine friedliche Wiedervereinigung gemündet hat. Das hat im November 1989, glaube ich, niemand zu wagen gedacht. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Interessantes Buch, Herr Terzi, große Schrullett. Vielen Dank, Sven Kunze ist bei uns. Wenn ich gerne gleich zu Beginn fragen würde, Herr Kunze, wie geht es Ihnen? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatten Sie eine Tumor-OP und da ist ein Nerv durchtrennt worden. Ja, das ist dieser Hauptnerv, der damals sozusagen außer Funktion gesetzt wurde. Es hat sich etwas zurückentwickelt, etwas zum Guten hingeschoben. Aber es ist immer noch sichtbar, ja klar. Und gesundheitlich geht es Ihnen wie? Wie? Was ist seitdem passiert? Mir geht es so, dass ich nicht klagen möchte. Aber? Es ist alles in Ordnung. Okay. Hatten aber keine größeren Eingriffe seit der Zeit? Nee. Doch ein bisschen, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Also, ja, es war noch einiges zu überwinden und das ist nur einigermaßen gelungen. Also es geht weiter, das ist das Wichtigste. Herr Faktor ist deswegen, weil Sie das ja auch beschreiben, weil das ja auch immer ein Thema ist und weil es auch um die Frage des Alterns in Würde geht. Das ist ja die Frage, wie stellt man das dann an? Jammert man darüber? Geht man einfach drüber hinweg? Thematisiert man das? Ja oder nein? Das sind ja die großen Fragen. Also ich würde sagen, wir Alten reden natürlich gerne untereinander über unsere Krankheiten, weil wir sind ja Fachleute. Es gibt keinen besseren Fachmann über Krankheiten. Ab welchem Alter darf man da mitreden, über Krankheiten im Alter? In unserem gemeinsamen Alter. Ich bin froh, dass Sie mich nicht angucken. Ich freue mich sehr. Es macht keinen Sinn, die Jüngeren damit zu belästigen, vor allen Dingen ihnen Angst einzujagen in Bezug auf all das, was auf einen zukommen kann. Da schweigt man vielleicht besser fein stille. Aber Sie haben eine Herzklappe vom Schwein jetzt, ne? Ich bin, ja, die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein, das bin ich jetzt. Das macht man, weil wir genetisch dem Schwein so nahe sind, ne? Offensichtlich, ja, das habe ich dann auch erst erfahren, sind wir genetisch dem Schwein am nächsten. Ja, und wenn man genau guckt, sieht man Sie auch manchmal. Das weiß Gott, ja. Herrlich. Herz-OP überstanden, alles überstanden. Sie nennen sich ein tierisches Ersatzteillager. Wie lange hat es gedauert, sich zu erholen, wieder der Alte zu sein? Und dann die, wie ich finde, sehr spektakuläre Idee zu fassen, jetzt heirate ich noch mal. Sie hatten damals angekündigt, mit 75 gehe ich ins Altenheim. Ja, jetzt sind Sie 77. Jetzt ist es noch nichts geworden und bin ich in die Ehe gegangen. Es ist offensichtlich die bessere Alternative. Ist das ähnlich? Nein, es ist überhaupt nicht ähnlich. Es ist genau das Gegenteil. Und deswegen bin ich so froh, dass es so gekommen ist. Im Gegensatz zu dem, was ursprünglich geplant war, ja. Ja, warum haben Sie das nicht gemacht? Sie haben hier immer einen glühenden Farben beschrieben. Ja, ja, ich meine, ich habe das damals immer am Vertretenden gesagt. Wir machen eine lustige Alters-WG, wir machen Happy Hour. Wir machen Happy Hour, ihr müsst zusammenbleiben. Es macht keinen Sinn, alleine zu Hause rumzusitzen. Es gibt ja viele alte Mitbürger, die also keine Familie mehr haben, weil sie selbst keine gegründet haben. Und mir schien die Alternative, die sinnvollste zu sein, betreutes Wohnen. Und ich bin ja auch drei Monate in ein betreutes Wohnen eingezogen, um mal zu sehen, wie es da aussieht. Und habe da meine schlimmsten, aber auch meine besten Befürchtungen einigermaßen korrekt wiedergefunden. Nämlich? Nämlich? Naja, das Leben schnurrt dann doch zusammen, wenn man so im betreuten Wohnen sich aufhält, auf eben diese paar Themen, die man dann als alter Mensch untereinanderständig, die Krankheiten, das Essen, die Zähne, die schwindenden Sinne, miteinander diskutiert. Während wenn man draußen bleibt, hat man dann doch noch im größeren Maße Anteil an dem, was das Leben noch so bieten kann. Das heißt, die Idee, mit 75 ins Altenheim zu gehen, war keine? War für mich im Augenblick keine gute. Ich würde aber immer noch sagen, dass für viele Menschen, ich rede jetzt nicht von Altenheim, ich rede nicht von AWO, sondern ich rede von betreutem Wohnen, wo man noch ein paar Möbel mitnehmen kann, wo das in Form einer, wenn man so will, großen Pension stattfindet. All diejenigen, die drohen, zu Hause alleine zu sitzen, den kann ich nur sagen, geht in betreutes Wohnen. Da kann man sich streiten, da kann man Musik machen, da kann man Skat spielen, da kann man einen Chor gründen, was auch immer. Nur alleine zu Hause kann man gar nichts machen. Wird man so zänkisch dann im Alter? Was haben Sie da festgestellt in diesen drei Monaten? Ja, es wird ständig gestritten, das stimmt. Ja, so wie gesagt, fällt es mir auf. Ja, es wird ständig gestritten, aber auch Streit ist ja eine Form der Nähe. Es ist auf jeden Fall besser als das Schweigen. Und man hat ja auch, man erlebt ja auch nicht mehr so viel, und Streit ist immer eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Ja, es wurde ständig gestritten, wegen allem. Das ist doch verrückt. Ja, aber sie waren nicht unglücklich dabei, sondern nach jedem großen Streit waren sie eigentlich glücklicher. Ja, und streiten, sind Männer streitsüchtiger im Alter oder Frauen? Im Alter, also wenn man sich die beiden Pumplationen anschaut, ist es so, dass die Männer zu 80 Prozent schweigen und einigermaßen zurückgezogen dem Ganzen nur als Zuschauer beiwohnen, während die Frauen diejenigen sind, die die Unterhaltung machen, die die Themen aufbringen, die die Sache am Laufen halten. Und auch den Streit am Laufen halten. Wenn sie den Streit am Laufen halten, dann sind die großartig. Ja, wunderbar. Sie haben dazu einen schönen Satz geschrieben, Herr Kurz. Sie schreiben, im Alter werden die Sensationen bescheidener, kleiner, geringer. Was sind denn die Sensationen im Alter? Ja, es ist natürlich so, das Alter hat ja sozusagen zwei Tranchen, wenn man mal so will. Das eine ist natürlich die Sache, die man einfach nicht beiseite schieben kann und in der man sich stellen muss, dass die Sinne schwächer werden, dass der Körper schwächer wird und dass, wie in meinem Fall, ein Haufen Krankheiten auf einen zukommen. Das andere ist, und das ist für jüngere Leute schwer begreiflich, was ich auch nur langsam begriffen habe, das Alter gibt ihnen das große Privileg und das sehr befriedigende Dasein, Dasein, dass sie sich gemütlich im Augenblick niederlassen können. Wir leben ja mehr oder weniger im Augenblick. Wir leben ja auch ein bisschen in der Zukunft, wir leben ein bisschen in der Vergangenheit, aber im Alter leben wir vor allen Dingen im Augenblick. Sie haben dazu den schönen Satz geschrieben, wir müssen nicht mehr so viel über die Zukunft nachdenken, weil wir haben ja keine mehr. Die Zukunft ist nicht mehr ihr Ding. Zukunft ist ja eine Sache, die gestaltet werden will. Wenn Sie alt sind, gestalten Sie nicht mehr. Sie leben. Und all die Geschichten, die den Augenblick, wenn man jünger ist, oft ruinieren kann, wie Karriereprobleme, Zukunftsängste, Stress und Verpflichtungen und Termine, das fällt alles von Ihnen weg. Und Sie können sich ganz gemütlich in einer neuen Leichtigkeit im Augenblick niederlassen. Und das mache ich gerade. Und ich kann nur all denjenigen, die irgendwann mal in die Situation kommen werden, und die meisten werden das ja sagen, freuen Sie sich drauf. Es ist eine neue Leichtigkeit, ein wundervolles, wenn man so will, auch ohne große Ansprüche leben im Augenblick. Und dann sind so Kleinigkeiten, Streit zum Beispiel. Genießen Sie dann? Ja, ich streite auch. Ich bin ein großer Streiter. Ja. Habe allerdings mit meiner Frau, ich bin ja verheiratet seit neuesten, Techniken entwickeln müssen, dass dieser Streit einigermaßen in Grenzen bleibt. Ja. Wir machen jetzt immer, wenn es etwas zu heftig wird, High Five. Einfach mittendrin dann so? High Five. Das heißt, Ruhe erst mal. Ja. Und von wem geht das dann aus? Eher von Ihnen? Ja, ich behaupte ständig von mir, sie behauptet ständig von ihr. Ich glaube, sie kommt der Wahrheit sehr viel näher, als ich das tue. Wie lange sind Sie schon zusammen, Herr Kunze? Also wir sind seit 20 Jahren zusammen. Und es war eigentlich eine herrliche Zeit. Und irgendwann, ich bin nun verheiratet, waren wir auf dem Flug nach New York. Wir haben auch versucht, in Berlin zu heiraten. Das ist aber nicht gelungen, weil bei dem Standesamt elektronisch einem mitgeteilt wurde, wenn Sie einen Termin haben wollen, um auch nur Ihr Interesse einer Ehe uns mitzuteilen, müssen Sie ein Dreivierteljahr warten. Und wenn Sie dann diesen Termin gekriegt haben, dann rechnen Sie noch mal ein halbes Jahr dazu, bis Sie endlich heiraten dürfen. Und das war uns alles irgendwie zu lange und zu ungenau. Das ist anderthalb Jahre, ja, unterm Strich. Anderthalb Jahre etwa, ja. Und dann haben wir auf einem Flug nach New York, hat die Inka, so heißt meine Frau, in einer Frauenzeitschrift einen Artikel entdeckt, Schritt für Schritt heiraten in New York. Und es stellt sich heraus, es kostet 30 Dollar, kann man sich leisten, ist dafür zu zweit, und ist in 24 Stunden zu machen. Man muss also runter in die Bürgermeisterei gehen, muss ein Formular ausfüllen und dann am nächsten Tag wiederkommen. Man kriegt also 24 Stunden Bedenkzeit. Bedenkzeit, ja, genau. In den 24 Stunden haben wir nicht, was man hätte machen sollen, genau überlegt, macht das nun Sinn und ist das zukunftsfähig, sondern wir haben uns gestritten. Sind dann aber letztendlich wieder mit High Five auf eine gewisse Ruhe gekommen und sind am nächsten Tag dann doch heiraten gegangen, unten in der Bürgermeisterei im südlichen Manhattan. Das Einzige, was wir noch brauchten, war ein Zeuge. Den hatten wir natürlich nicht dabei, weil wir bis zu zweit waren. Und da trieben sich vor dieser Bürgermeisterei eine ganze Anzahl jünger Männer und Frauen rum, so ungefähr in der Geschäftigkeit von deutschen Autobahnarbeitern. Und einen von denen haben wir dann angesprochen und stellte sich tatsächlich heraus, sein Hauptberuf war Zeuge. Ich ahne das. Was machen Sie beruflich? Martin aus der Bronx. Und dann sagt er, ja, ich stehe gerne als Zeuge in der Verfügung, kostet 150 Dollar und dann sind wir mit ihm reingegangen. Der Trauzeug aus der Bronx ist teurer als der eigentliche Heiratsvorgang. Ja, sondern noch dreimal so teuer. Und dann sind wir reingegangen und innerhalb einer halben Stunde waren wir vermählt. Und dann sind wir rausgegangen und dann habe ich Martin dann die 150 Dollar gegeben. Und dann guckt er mich so eine Zeit lang prüfend an und sagt, der Junge, wenn ich dich so anschaue, ich glaube, du wirst keine zweite mehr finden. Machst 200. Herr Künze, ich weiß nicht recht, ob das ein Anlass war, so zu klatschen. Und dann habe ich ihm die 200 gegenüber und dann sagt er was sehr Nettes. Er sagt, weißt du, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen im Leben. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Aber meine Unterschrift unter euer Ehevertrag, der wird euch Zeit eures Lebens begleiten. Gab mir die Hand und nahm sein Geld und verschwand in der Bronx. Was uns jetzt alle brennend interessieren würde, ist, wie oft macht Martin das am Tag? Na, er kann es zweimal machen, denke ich. Mal, weil man sich auch ein bisschen anstellen muss und eine Nummer ziehen muss. Ist also ein bisschen wie bei der Bundesbahn, wenn man ein Ticket kauft. Aber ich denke zweimal. Aber es ist eine ganze Schar, junge Leute. Also wenn jemand da runtergeht, der Zeuge ist das geringste Problem, vorausgesetzt man natürlich... Nee, wir überlegen alle selber, denken an eine Zweitkarriere als Zeuge. Das ist das, was wir eigentlich jetzt alle so im Hinterkopf haben. Ja. Ist ja lukrativ, oder? 400 Dollar am Tag. Ja. Super. Steuerfrei. Steuerfrei auch noch? Steuerfrei. Was heißt steuerfrei? Steuerfrei. Ja. Das habe ich schon verstanden. Aber er muss ja gar nicht steuern, dafür bezahlen, netto für brutto. Ja, der muss das ja auch versteuern, der Martin. Das macht er doch bestimmt auch. Davon gehe ich nicht aus. Ich bin gar nicht in der Bronx. Super. So, und seitdem sind wir ein paar. Dann sind wir zusammen ein bisschen Sekt trinken gegangen und abends in einem Musical und zurückgeflogen. Und nun, seither bin ich ein glücklicher Mensch. Das ist doch super. Das ist auch ein gutes Konzept fürs Alter, finde ich. Nochmal schnell heiraten. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Es ist dann, man fühlt sich plötzlich angekommen. Ich habe das ja jahrzehntelang vermieden und plötzlich fühlt man sich angekommen zu Hause. Und ja, macht es. Was ist noch auf der To-Do-Liste, wie man heute so sagt, in Ihrem Leben, Herr Kuntz? Sie sind jetzt 77, ich habe das schon erwähnt. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, das fand ich interessant, wenn man älter wird, dann wird man ehrlicher zu sich selber. Und dann geht man zum Beispiel auch mal hin und fragt mal, wo sind eigentlich meine großen Lebenslügen? Meine großen Lebenslügen? Ja. Also so eine große Lebenslüge habe ich an und für sich nicht, sondern man denkt zurück und fragt, hast du das erreicht, was du hättest erreichen können nach Maßgabe dessen, was dir möglich gewesen wäre? Und wo sind die Punkte gewesen, wo sich dein Leben anders entwickelt hat, als es bis zu dem Augenblick schien? Und da ist mir aufgefallen, dass der Zufall eine riesige Rolle spielt bei dem, was man letztendlich wird. Und wenn ich die Punkte mir anschaue, wo sich mein Leben so ganz anders entwickelt hat, als es ursprünglich mal geplant war, es war immer der Zufall. Man denkt ja im Nachhinein, man hätte das so, weil man lebt ja, man kann sich ernähren, also ist das ja alles einigermaßen gut gelaufen. Und man denkt dann von sich, das habe ich ja wohl gut hingekriegt und gut geplant. Und wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, ohne den freuen Zufall wäre das dann ganz anders gelaufen. Man hat eigentlich weniger im Griff gehabt, als man immer gedacht hat. Man war auch wenig souveräner und schlauer, als man so dachte. Immer, ja. Ist Altern oder Altzuwerden, ist das das letzte große Abenteuer? Altwerden ist das größte Abenteuer. Altern ist das größte Abenteuer. Bis dahin läuft das eigentlich so alles in einigermaßen geordneten Bahnen. Und plötzlich stürzen Kräfte auf Sie ein, entwickeln sich Dinge in Ihnen. Der Körper, der Ihnen bislang ja hoffentlich, den meisten von Ihnen einigermaßen gut Freund war, kann plötzlich zum schlimmsten Feind werden. Und während man einem normalen Feind, etwa einem politischen Feind, der vielleicht Kompromisse schließen kann, können Sie mit dem Körper nicht. Während man mit dem politischen Gegner Frieden schließen kann, können Sie mit dem Körper nicht. Sie können ihm auch nicht entkommen. Er bleibt immer bei Ihnen. Das ist schon mal ein Riesenabenteuer. Dann diese unendliche Vielfalt von Krankheiten, die einem fallen können. Das ist wirklich bizarr, was der Körper so in einzelnen Möglichkeiten und Krankheiten in sich hat und was in einem schlummern kann. Und dann die Tatsache, dass all die Lebensfelder, durch die man einigermaßen sicher gegangen ist, sich völlig verändern. Also die Erinnerung spielt plötzlich eine sehr viel größere Rolle. Ich sage immer, ihr müsst etwas lernen, was Leiter Gottes, mit Ausnahme ihrer Sendung natürlich völlig außer Mode gekommen ist, in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in Beziehung Fragen stellen. Wir stellen keine Fragen mehr. Dann ist Karriere, Zukunft, Vergangenheit, all diese Dinge und diese Lebensfelder, durch die man sich so relativ sicher entwickelt und bewegt hat, die nehmen eine ganz andere, ganz neue, oft überraschende, kaum zu bewältigende Qualität an. Also alt werden ist das größte Abenteuer, was einem im Leben zustoßen wird. Und auch das gefährlichste, weil sein Ausgang ist ja nicht so einflussend. Aber wenn es dann wirklich in die letzte Kurve sozusagen geht, Sie haben das hier mal angedeutet und sagten, wenn ich merken würde, ich würde dement zum Beispiel, das würde ich nicht mehr mitmachen. Da würde ich aussteigen. Sind Sie immer noch bei dieser Haltung geblieben? Ja, natürlich, ich bin schon sehr dafür. Wir haben ja alle Freiheiten, die nur denkbar sind, mit der Aufklärung und in den folgenden zwei Jahrhunderten uns angeeignet und uns zugestanden und leben die ja auch aus. Mit einer einzigen, eigentlich der größten Freiheit, die ein Mensch hat, darüber zu entscheiden, wann ich gehen will. Und ich bin schon sehr dafür, dass, wenn jemand sagt, das war es dann gewesen und ich habe keine Lust, die letzten drei, vier Monate oder Jahre in diesem oder jenem Zustand zu verbringen, dass man eben die Chance, wie in der Niederlande oder in Oregon gibt, gehen zu dürfen. Und wenn es eine, und ich habe ja viele Lesungen gemacht, quer durch Deutschland, wenn es ein Thema gibt, von dem ich ganz sicher bin, dass die allergrößte Mehrheit der deutschen Bevölkerung dem zustimmen würde, wäre das Recht zu gehen, wenn man gehen will, und das Bereitstellen der dazu notwendigen Mittel. Das habe ich mich verständlich gemacht. Und wird man, letzte Frage, im Alter gläubiger oder anders? Geht uns oder ist uns was verloren gegangen, auch als Gesellschaft, dass das mittlerweile immer wichtig ist? Ja, also man fängt ja dann an, auch über das Christentum nachzudenken, welche Rolle das Christentum in den letzten 2000 Jahren gespielt hat. Ich kann an die christliche Erzählung nur schwer glauben. Aber eins hat das Christentum, und deswegen ist es wahrscheinlich trotz dieser reichlich bizarreren Erzählung über die vielen Jahre sehr erfolgreich gewesen, und es ist ja keine billige Religion, eins hat das Christentum denjenigen, die an ihm fest geglaubt haben, ich rede hier nicht um Weihnachten in die Kirche gehen, sondern die fest ans Christentum geglaubt haben, vermittelt, das ist Trost, das ist Lebenssinn, das ist Hoffnung, das ist Hilfe im Gebet, das ist auch Trost in der Vergebung, und das ist die christliche Liebe, die natürlich ein unglaubliches Geschenk an die Menschheit gewesen ist. Nur wird das alles mit dem Augenblick, in dem das Christentum langsam hier an Gewicht verliert, und in dem wir immer weniger glauben, wird das alles verloren gehen. Und die Frage ist, ob die Menschen nicht all diese Dinge doch brauchen. Und wenn sie sie brauchen, was an ihre Stelle treten kann, und was es bedeutet, wenn in Zukunft nichts an deren Stelle tritt. Da sind wir bei Gregor Gysi, der das hier mal gesagt hat, das ist interessant. Gregor Gysi, der überzeugte Sozialist, der sagte, ihm macht eine Gesellschaft, in der keiner mehr irgendwas glaubt, macht ihm Angst. Ja, und die Frage ist, kann eine Gesellschaft, an der keiner mehr glaubt, und in diese Dinge, die der Glaube ja den Gläubigen geschenkt hat, nicht mehr zur Verfügung stehen, kann eine solche Gesellschaft auf Dauer überleben und zusammenbleiben. Und das spüren wir auch alle, dass es deutlich rauer wird. Herr Kunze, große Freude, schönes Buch, das Ihnen da mal wieder gelungen ist. Und wir sehen uns in genau drei Jahren wieder, zum 80. Weil wir gerade so schön über Alter gesprochen haben, neben Ihnen sitzt jemand, der zwar sehr jung ist, 26, Laura Kuckuck, die wir noch mal ganz herzlich begrüßen. Laura, schön, dass Sie da sind. Und die vom Beruf Oldtimer-Expertin ist. Da hinten sehen wir ein Bild, und da sehen wir, glaube ich, auch Sie, auf dem Foto. Genau. Wo sind Sie da, was ist das für ein Auto, was machen Sie da? Das ist Pebble Beach. Das ist ein weltweit sehr berühmter Concours de Legance. Also eine Veranstaltung, wo man die Fahrzeuge nach deren Eleganz und heutzutage auch nach deren Originalität und deren Zustand halt bewertet. Wo ist das? Pebble Beach ist in Amerika, in Kalifornien. Kalifornien, okay. Und da treffen sich so Autoverrückte, ja? Ja. Kann man so sagen. Also es gibt weltweit viele Veranstaltungen, wo sich Auto- und Oldtimer-Fanatiker treffen. Das ist alles dort, ja, was wir hier jetzt sehen? Genau, das ist jetzt, es gibt halt den Concours-Lawn, werden die Fahrzeuge jetzt benutzt, dann gibt es den Concept-Lawn, wo die Konzeptfahrzeuge, also neuwertige Fahrzeuge dargestellt werden. Aber der Fokus liegt wirklich auf den Oldtimern in dem Falle und man hat Kategorien von Pre-War, Bentley bis Post-War, Sagato oder, also es gibt viele verschiedene Kategorien, wo die Fahrzeuge dann präsentiert werden. Die werden vorher eingeladen, dann werden die präsentiert von den Besitzern und von Judges werden die dann halt abgenommen. Wie wird man Oldtimer-Expertin, Laura? Indem man definitiv sehr viel Passion für Oldtimer hat. Woher kommt das? Durch meinen Vater. Also nie was mit Barbie-Puppen oder so zu tun gehabt? Nicht so viel, nee. Ich habe mit meinem Bruder tatsächlich um die Lego-Bausteine und kleinen Spielzeugfahrzeuge gekämpft. Und, nee, mein Vater hat uns immer, also gerade mich im Speziellen auch selbstständig, halt das Oldtimer, das Ingenieurbüro, wo ich jetzt mit tätig bin. Das waren die Autos, mit denen Sie in frühester Kindheit schon in Kontakt gekommen sind? Richtig, ja. Also es war nicht, es ist ein Kundenfahrzeug, aber er ist ein Seven und das, ja, also seit eh und je mit dabei gewesen und unsere eigenen Oldtimer, ob wir jetzt in der Garage dann geschraubt haben oder ob ich mit zu Kunden bin und die Fahrzeuge mit angeguckt habe. Und ja, er hat mich früher als ganz kleines Kind, hat er mich im Beifahrersitz einfach, also nicht auf, also im Beifahrerfußraum, hat er den Maxi Cosi festgeschraubt und es ist dann so, so bin ich mit. Und, ja, später, klar, immer mehr. Und irgendwie, also bei meinem Bruder ist es nicht so angekommen, der studiert Medizin, sehr erfolgreich und bei mir ist es total, ich war lange auf der Designschiene, wollte in der Automobil Design studieren und hab dann doch gedacht, irgendwie die Technik ist so faszinierend. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Also wenn Sie jetzt gerufen werden, wenn Sie, kommt jetzt ein Auftrag rein, wo kommen Sie jetzt gerade her zum Beispiel? Ich komme gerade aus Portugal, da hat ich mir tatsächlich, da haben wir, da begleiten wir gerade Restaurationen, also da ist es ein privater Kunde gewesen, da haben wir jetzt, sind wir hingefahren und haben, da wird das Fahrzeug komplett neu restauriert, also neu aufgebaut. Und was ist das für ein Auto, wenn ich fragen darf? Das war ein Maserati Sebring. Ein Maserati? Sebring. Okay, was für ein Jahrgang? Ähm, 57, glaube ich. Kostet? 200.000, also das geht noch. Das geht noch, ja. Nein, also, Sie haben ja eben gefragt, wenn man zurückkommen möchte, was für unsere Kunden sind. Und viel spannender ist es eigentlich, also wir sind für jedermann unterwegs, wir sind für den privaten, für den privaten Kunden unterwegs, der jetzt sich morgen gerne ein Fahrzeug kaufen möchte und vorher nochmal gucken, also das sich angucken lassen möchte. Weil wir natürlich auch, ähm, in dem Moment, wo wir rausfahren und danach ein Gutachten erstellen, übernehmen wir auch das volle Risiko dafür. Das heißt, wenn wir sagen, das Fahrzeug ist in dem und dem Zustand, das Fahrzeug ist die und der Preiskategorie und es ist ein echtes Fahrzeug, wenn das überhaupt zur Debatte steht. Darum geht es ja sowieso, ne? Immer, oder? Ja, also, darauf haben wir uns spezialisiert, also mein Vater vor allen Dingen und, ähm, ich bin da, wie gesagt, eingestehen, in die Fußstapfen getreten. Ähm, wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, mit forensischen Mitteln irgendwie die Originalität des Fahrzeugs wirklich hervorzubringen. Forensische Mittel, ja. Die Geschichte dieses Fahrzeugs da hinten, dieser Porsche, den wir da sehen. Ein vermeintlicher Porsche 27S Lightweight, ähm, und genau, also es ist... 1973 gebaut oder von wann ist der? Genau, das sind 17 Jahre und, ähm, also, bei einem Lightweight differenziert man, also das ist einfach nochmal, der hat nochmal spezifischere Leichtbaumaterialien verwendet und einfach Umbauten, ähm, vom Werk aus damals gewesen, ähm, hat, äh, ist insofern natürlich viel interessanter für die Kundschaft, weil es einfach viel weniger gebaut wurden und dementsprechend auch, also viel attraktiver einfach sind. Und wenn man an so ein Fahrzeug jetzt rangeht, wie auch an viele andere, müssen wir natürlich überlegen, wir gehen jetzt da ran und sagen, okay, 100% hatte das Fahrzeug, als es das Werk mal verlassen hat und ab da hat es einfach irgendwie, gab es natürlich Sachen, die Bremsschläuche mussten oder mussten mal ersetzt werden. Aber dann gibt es natürlich Sachen, wenn das Fahrzeug mal einen Unfall ermitteln hat, ähm, ist der auch so dargestellt oder ist der vielleicht ein verdeckter Unfall oder, ähm, in dem Fall ist das Fahrzeug wirklich ein Leichtbaum und ein 27RS oder halt eben nicht. Okay, und das war es nicht? In dem Fall war es das nicht so, der... Was hat der gekostet im Original, im Einkauf? Also was hat der Kunde dafür bezahlt? In dem konkreten Fall? Ja, in dem konkreten Fall, ja. Um die 600.000, nageln Sie mich jetzt nicht fest auf dem Fall. 600.000? Aber das, das, die Preislage, also im Oldtimer-Bereich ist es so, wir reden ja von Fahrzeugen, die einfach gar nicht mehr so viel vorhanden sind. Wir reden ja gar nicht von irgendwas, was Sie jetzt morgen einfach, wenn Sie es haben wollen, kaufen können. Das ist schon klar, aber mein alter Fiat Rhythmus ist ja auch nicht mehr vorhanden, aber für den kriege ich natürlich keine 600.000, das ist natürlich schwierig. Aber der, 600.000, ja? Und war das wert? Ja, in dem Fall halt nicht. Also das war, da haben wir relativ intensiv ermittelt. Also es war relativ offensichtlich, wenn man tiefer in der Materie ist, aber am Ende des Tages haben wir mit vielen forensischen Mitteln da auch. Also wir haben mit, wir sind wirklich auf das Material eingegangen. Also wir haben geschaut, wie stark die Blechstärke zum Beispiel ist. Wir haben geschaut, wie die vom Motorblock, wo die Nummer eingeschlagen ist, die Materialstärke, wie die da ist, wie die Länge von dem. Also man geht wirklich, man guckt, ob die Materialien stimmen, ob das GfK da verbaut ist, wo das GfK verbaut werden soll, das Aluminium da. Und können Sie auch sehen, wenn das zum Beispiel Baujahr, weiß ich nicht, 63 angegeben ist, können Sie heute feststellen und sagen, das ist gar nicht von 63, das ist irgendwann aus den 70ern oder aus den 80ern möglicherweise? Ja, also wir haben die Möglichkeit, über Spektrometrie halt in das Material, also wir können die Elemente des Materials bestimmen. Okay. Das Besondere daran, das kann man schon sehr lange, aber das Besondere daran, dass wir seit einigen Jahren das jetzt noninvasiv können. Also wir müssen das Einzige, was wir machen, wir müssen, wenn wir jetzt über einen Rahmen sprechen, wo das oft dann Gebrauch findet, müssen wir halt aufs blanke Metall. Ansonsten müssen wir aber jetzt kein Material mehr raustrennen. Also wir müssen, früher musste man Briefmarkenstücke raustrennen. Das müssen wir heute nicht mehr, wir fahren hin, können die Elemente bestimmen und anhand der Elemente können wir dann die Herstellungsmethode zurück ermitteln. Und anhand dieser, jetzt gerade beim Stahlbau, kann man dann sagen, okay, das muss in dem Jahrzehnt, muss in den 30er Jahren hergestellt worden sein. Aber es ist ein Krimi dann wahrscheinlich, oder? Wenn man dann so langsam, langsam Schritt für Schritt... Schon ein bisschen Teller-Pollens, ja. Was dieses Auto für das 600.000 bezahlt worden ist, war am Ende wie viel wirklich wert? Also weitaus weniger, das ist ein sehr bekannter Fall, da ist nachher ein Vergleich geschlossen worden, der natürlich, also in dem konkreten Fall war es halt, dass das Fahrzeug als Fake auch anerkannt wurde. Also es wurde als solche... Und dann wurde ein Vergleich geschossen für, wenn das Fahrzeug zu dem jetzigen Zeitpunkt ein originaler dargestellt hätte. Also wurde eine Entschädigung logischerweise. Der Vergleich lag, glaube ich, bei 750.000. Aber das Fahrzeug hat das natürlich nie dargestellt. Also das Fahrzeug ist einfach nie das gewesen, was das hätte darstellen sollen. Das war ein richtig... Also das war ein starker Betrug. Aber nochmal, 750.000, obwohl es keine 600.000 wert war, verstehe ich jetzt nicht. Nein, das war eine Zeitspanne. Also ich meine, wir reden bis... Das war ja... Wie lange war das vor Gericht? Das war einige Jahre vor Gericht, bis es dann wirklich, der Vergleich dann stattgefunden hat. Das war ja ein Riesen... Okay, und der ist während des Prozesses teurer geworden, ja? Ja gut, der Markt hat sich bis 2015 enorm in die Höhe entwickelt. Seitdem war es ein bisschen dämpfer. Je nachdem, nicht generell, aber gerade in der höheren Marktlage natürlich nicht so stark. Aber wir wissen alle, dass die Preise sich auch wieder verändert haben. Aber klar, wenn so ein Prozess irgendwie genau in den heißen Jahren stattfindet, dann verändert sich natürlich die Geschichte. Was ist das teuerste Auto, das Sie je untersucht haben? Das ist schwierig zu sagen. Also wir reden halt weit im Millionenbereich auf jeden Fall. Was ist das schönste Auto, das Sie je untersucht haben? Ha! Gibt es sehr, sehr viele. Ich habe einen D24 mir mal angucken dürfen. Und was ist das, ein D24? Ein Lanschia D24, ein Rennwagen aus den 50er Jahren. Für mich sind die 50er Jahre eigentlich die faszinierendsten, weil das ist gerade im Nachkrieg, da ist super viel technische Innovation einfach passiert. Es sind Sachen entwickelt worden, die finden wir heute noch in den Fahrzeugen wieder. Und die Stimmung damals muss einfach so faszinierend gewesen sein. Motorsport hat wirklich noch eine große Rolle gespielt und für die Entwicklung noch eine große Rolle gespielt. Da wurde wirklich, das war noch das Testbett für die Entwicklung. Und Lanschia ist immer, also Lanschia ist eine Firma, also eine Marke, die total underrated eigentlich ist. Also die ist nie... Unterbewertet, ja? Komplett unterbewertet. Die ist nie, da ist nie richtig erkannt worden, wie viel Potenzial eigentlich da drin steckt. Und ich habe meine Thesis tatsächlich über die Jahre geschrieben und deswegen bin ich da sehr tief in der Materie drin. Und dann, wenn man sich so lange theoretisch mit so einem Fahrzeug oder mit der Serie beschäftigt und dann das live sieht, dann ist das einfach was, was einen doch berührt. Was mir so gefällt ist, wie fasziniert Sie von den 50er Jahren sprechen, wie von so einer fernen Zeit. Wir waren dabei. Also wir können Ihnen das aus erster Hand im Zweifel erzählen. Ich danke ganz herzlich. Laura Kuckuck ist heute bei uns zu Gast. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Sven Kunze, dem ein tolles Buch über's wirklich alt werden gelungen ist. Nicht nur so als theoretische Idee. Vielen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Horst Teltschik. Sehr lesenswert. Auch für die Politikergeneration von heute, was Sie über Russland schreiben. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Walter Kohl. Es war toll, mal ein bisschen Zeitgeschichte aus erster Hand zu hören. Jetzt die Kollegen von heute plus. Wir sind am Dienstag wieder für Sie.